Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute testen wir mal die Space Flyer von Bröckhoff Feuerwerk. Sechs Stück in der Packung, gekostet hat es 1,50 Euro und vergleichbar wie die Checky Chans. Hier sind sogar zwei mehr dabei. Ist das überhaupt Bröckhoff? Ja, Bröckhoff, gut. Hier sind wie gesagt zwei mehr dabei und ich würde sagen wir gehen dann mal raus zur Zündung, gekauft wurde übrigens bei Pyroland. Jetzt haben wir den Space Flyer vom Bröckhoff. So, ich finde sie lustig. Können wir ruhig mal ein Paket mitnehmen, macht Spaß und für 1,50 Euro meine Güte. Macht's gut Freunde. SpanIO Spaniert Spanien Spanier 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 Vielen Dank.